have fun hier ist euer aboram zurück in cyberpunk 2077 und wir schauen uns die Nebenmission The Beast in Me an. Der Tag ist einfach nur scheiße. Keine Gerechtigkeit. Keine Gnade. Oh shit. Komm schon Baby. Hey Claire. Fette Maschine. Du kennst dich aus und hast Geschmack. Darf ich vorstellen? Die Bestie. Bier ist im Kühlschrank, wenn du willst. Danke. Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Was ist das für ein Rennen? Irgendwelche Regeln? Nicht viele. Man fährt zu zweit. Fahrer und Schütze. Und was bist du? Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Eher Motortunerin. Ist mein Ding. Außerdem schieße ich gut. Fahre aber keine Rallys. Ich hoffe, du hast es drauf am Steuer. Du machst das aber nicht zum ersten Mal, oder? Keine Sorge. Hab schon viele Runden gedreht. Und dein letzter Fahrer? Hat er aufgehört? Kann man so sagen. Ist letztes Jahr bei einem Rennen gestorben. Tut mir leid. Okay Claire. Du hast deinen Fahrer. Okay. Es sind vier Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Danach kommt eins in den Badlands, dann Santo. Und das letzte in Watson. Der Tag ist einfach nur Scheiße. Was springt dabei für uns raus? Die Ersten kriegen Geld. Wenn wir gewinnen, teilen wir 50-50, okay? Hab jetzt schon Gänsehaut. Hab auch ein Auto. Warum nehmen wir nicht das? Kommt drauf an, was es so kann. Hier geht's nicht nur um Tempo. Das wird viel, viel krasser. Keine Sorge. Ich fahr keine Seifenkiste, okay? Dein Auto meins. Du bist am Pedal. Du entscheidest. Wann geht's los? Es gibt eine Qualifikationsrunde. Die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens zwei Rennen unter den Top 3 sein. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schick dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du recht. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns im Stadtzentrum. Keine Gerechtigkeit. Keine Gnade. Keine Gäste. Ich alle sie sind.